Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Jim und das ist Lutz und wir sind unterwegs heute in Warner. Ja, wir sind wieder mal auf Treve. Genau, in Warner. Die Straßen unsicher machen. Die Leute flanieren hier durch die Fußgängerzone. Ich halte mal ein bisschen hier auf die Leute. Ich will mal ein bisschen die Menschen hier von Warner. Das ist das Ziel von diesem Video. Mal ein bisschen die Leute zu zeigen, die hier durch die Gegend laufen. Das ist, naja. Muss auch mal sein, oder? Ja, Einheimische. Guck mal. Genau, wir zeigen mal ein bisschen die Einheimischen. Genau. Ich komme mir komisch dabei vor, die Kamera den Leuten ins Gesicht zu halten. Nee, muss man ja nicht. Aber auch, schau mal, ich betone mal Folgendes. Guckt euch mal die Sauberkeit hier an. Genau. Guckt euch die Wege an. Ja, alles. Die Kurbel ist sauber. Gut, gestern war Sturm. Da hat der, glaub ich, der Sturm hätte jeden Dreck weggefegt. Im Sturm haben wir hier den F-Bett-Hotel, wo ich untergebracht bin. Ja, wunderschönes F-Bett-Hotel. Und die, die sind dann zusammengefegt. Ich hab da vor euch dann nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich dachte, das musst du mal in Deutschland suchen. Guck mal hier, überall sind so eine Metallkübel, da wo sie die Kippen rumruftrunnen. Keine Kippe liegt hier. Du findest keine Kippe. So ein sauberes Volk. Und nicht mal die Möwen scheißen sich hier aus. Ich weiß ja nicht, was hier los ist. Es ist hier alle, dann stecken die Sauberkeit. Die Fröhlichkeit, die Menschen, ob zu viel oder wenig haben, seid ihr hingestellt. Die könntest du gar nicht mal bewerten. Aber die sind mit dem zufrieden. Ganz einfach. Du spürst die Zufriedenheit. Ja, auch die Putzkolonne, wenn die Damen dann kommen und putzen, machen sie immer ihre Späße und sind gut drauf. Also auch in der Hitze, also die arbeiten, also dieses Saubermachen geht ja jetzt im Winter, ist das alles locker. Aber wenn sie das dann wirklich in der brütenden Sommerhitze machen, ist das ein harter Job. 43? Schuhgröße? What do you mean? It's okay? It's good for me. Summer. Summer, here, Summer. Ausprobieren. Not for children, not for kids. For me, yes? Ach so, warte mal, jetzt hat es so verschiedene Größe. Probier die mal an. Einmal anprobieren, genau. Kein Problem, wenn ich die hinstelle. Was hat's denn da? Marihuana da? Was verkauft du da? Das sind das Gewürze. Was, die Würze? Das sind natürlich die Gewürze. Prechtat. Ich hab auch erst gedacht, das sei mal. Das gibt's natürlich nicht. 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 Das wird hier angebaut, aber ich glaub nicht. Ja, ich hab schon Bier zu Philipp drin. Mama, Moment, ich muss erst mal hier probieren. I try it. Sprechen hier. Wer drin spricht? Babuschka, Babuschka. Bad. Oh ja, jetzt kommt ein Hocker, genau. Ja, sehr gut. Merci. Super. 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 Du siehst ja. Das ist aber ein Hocker. Mama, ist okay? Was denkst du? Ja. Sieht gut aus, das ist die richtige Größe. Ja, ja. Ja, ist okay. Gut, nehmen wir. Ja. Gebombt. Äh, jetzt schau mal. Hast du aber hänge hier. Hier rödelt hier doch. Ich geh gar nicht mehr raus. So, das sind die Aldi's, ja. Die trägst du dreimal. Guck mal hier. Und dann musst du die wegschmeißen. Ja. Wegwerf, Aldi. Kein Scheiß. Ich hab dir gar nicht Zeit. Ich schneid das raus. Ich schneid das raus. Ja, genau hier drin. Das hast du noch nicht schön mit. Weißt du, das ist ja, die häkelt und streckt. Ja, die streckt. Die nehm ich hier mal mit. Ukraini. 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 Russki. 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 Aus Südania. Das war ja Polen gewesen. Ich weiß noch. Geil. Schütze, schütze. What? How many? Lutz kauft direkt noch mehr Socken. Ja, ich bin ja. Wir sind nur zwei Stände weitergekommen. Komm ja hier nicht von weg. Ich hab auch nicht gekauft. Jetzt bin ich dran, verstehst du? Jetzt bin ich dran mit Socken. Genau mit Socken. Hier schöne Socken. Mama. Jetzt geht's weiter. Einmal bitte. Guck mal. Guck mal. Guck mal. So schön sitze und häkelt und mach. Zeig's dir mal. Mama. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Du bist ein Vorbild. Wunderbar. Jetzt muss erst mal bezahlt werden. So. Mama. Mama. Oh man. What? Ich glaube zwölf, oder? Dwar'n nicer? Ist zwölf, glaube ich. Ist günstiger. Moment. Wunderbar. Okay? Okay. Champagner. Hier kommt. Alles klar. Wie haben du das? Ja, sehr gut. Alles klar. Ciao, ciao. Ja, bleib jetzt rund. Bleib jetzt rund. Bleib jetzt rund. Bleib jetzt rund. Die Kopf ist richtig. Gehammed. Die Kopf ist richtig, richtig. Teimo, du hast richtig. Machen wir jeden Tag einen Apfel, dann brauchst du keinen Doktor. Ich hab da vorne schon ein Kupitsch. Wenn ich mich hierher orientiere, dann lerne ich das auf jeden Fall. Das ist nicht schlimm. Du musst den Hof frischen, dranbleiben. Klar brauchen wir ein bisschen länger, weil wir nicht mehr so viel Lernfähigkeit, Intensität haben wie in 20 Jahren, 30 Jahren. Den fällte zu. Der kannte da 1,2 Jahre perfekt gesprachen. Ja. Aber für so einen etwas Betagten. Trotzdem, ich war immer noch dankbar, dass es so ist. Jimmy? Ja, dankbar. Jimmy, was ist denn da? Keine Schenke mehr. Wir sind Richtung Sofia. Ja, hier ist Richtung Sofia. Wir laufen Richtung Sofia. Eigentlich ist da die Hauptstadt. Und auch Richtung Dobritsch. Ja, Dobritsch ist eigentlich da, aber dann unseren Oma Bieden. Die E70. Erstmal auf die E70. Mal gucken wir mal an, kommen wir in Sofia. Mein Gott, nein. Ja, gucken wir mal. Gehen wir zu Fuß. Und filmen ein bisschen zwischendurch. So, hier ist die Apotheke. Hier ist ein Fahrradladen. Auch spannend auf jeden Fall. Ach ja. Es gibt viele Fahrradläden. Ja, aber ich sehe wenig Leute, die mit Fahrrad fahren. Ohne Quatsch erstmal. Das wäre es dann so auf jeden Fall nicht. Ich denke, wir sind ein Fahrradfahrer. Ein paar Fahrräder stehen rum, aber... Gestern war Sturm. Ja, ja gut. Weißt du mal, da waren sowieso wenig Leute unterwegs. Das ist eine Richtung. Das ist alles schön. Das ist alles super. Ja. Ja, vielleicht ist noch ein richtiges Wetter. Muss erst wärmer werden. Ja. Also im Innenstadtbereich gibt es so vier, fünf größere Fahrradläden. Das steht fest. Ja. Aber so ein Fahrräder kommt man hier immer. Das ist eine Jugend. Funktioniert die Olympia. Ja, guck mal. Ja. Hier wird gerne geskatet. Genau. Hier vor der Banker. Und zack. Ja. Und zack. Juhu. Hier sind die Fans. Hier große Neuigkeiten. Der Bus war nur von Warn hat ein neues Schild. Früher war hier nur Autumivka, würde ich schon sagen. Autumgada. Ich glaube, Autumivka ist Russisch. Autumgada. Und ja, Wahnsinn. Dieses Gebäude erstrahlt in einem ganz neuen Licht. Ich mag das Gebäude. Es ist halt wirklich allsozialistisch. Was? Das kommt noch hier aus der Zeit. Steht immer noch? Ja, aber es wird halt kaum gepflegt. Hier oben auch. Irgendwie sieht es ein bisschen durchgerottet aus. Die Leute legen es irgendwie darauf an, dass sie dieses Gebäude verrotten lassen. Was sehr schade ist. Ich finde es wirklich schön. Für 100 Jahre, 200 Jahre gebaut. Ja. Ja. Wenn es, ja, wenn halt solche Stellen da oben gemacht werden, ne? Alle Kinder. Ja, es ist schön Sandstein verklinkert. Massiv. Hier mit dem, mit dem Redief. Oh ne, ist so laut. So, wir gehen. Wir steigen direkt in den Bus. Wir steigen direkt in den Bus. Wir steigen jetzt in den Bus. Nach Bukarest. Ach so, jetzt geht es nach Bukarest, genau. Ich habe doch schon das Ticket gekauft und jetzt gleich geht es raus nach Rumänien. So, wir sehen uns gleich wieder und dann sind wir in Rumänien. An der rumänischen Grenze. So, hier haben wir den Busbahnhof. So, das war es mit diesem Video. Ja, ja, alles klar. Wir müssen uns mal gucken, ob die Haare liegen. Wir haben ein bisschen hier Oberwärme. Obersonne. Wir sitzen hier auf dem Dach von diesem Legamexen Hall. Ja, es war ein schöner Fußmarsch gewesen bis hierher. Wir wollen euch noch mal den Sonnenschein bringen. Guckt doch mal, halt aber schön in die Sonne. Ja, das bewölbte Europa. Das Geoengineering Europa. Ja, da sieht man die Sonne ja nicht mehr. Hier sieht man sie wenigstens noch. Jo, schauen wir mal. Machen wir mal weiter. Durchhalten. Alles Gute, alles Liebe. Durchhalten. Das übliche, was man so zum Leben braucht. Nicht? Ja, genau. Froh sind und man sieht sie, man hört sich. Ja, genau. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Sikowski. Ciao, ciao. Tschüss.